Hallo, herzlich willkommen, gerade wo das Hauptgeräusch zerstört hier, what the fuck, Jungs, greift nicht weiter an, ähm, ja, als erstes begrüßen wir uns mal, ähm, wir spielen wieder Command & Conquer 3, ich werde mal die Musik-Lauscheck ein bisschen höher schalten, hehehe, und auch besonderen Wunsch, der Hellmarsch, yep, den müssen die alle kennen rein, theoretisch wird das Spiel auch ein bisschen kennen, what, nein, 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 runter, 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 so, und sie verlaufen schon fleißig, sehe ich gerade, ja, sehr schön, und hier unten Angriff, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal hatten, boah, erst mal hier, sehr schön, und dann hier Angriff, ja, es wird laut, es wird richtig laut, und dreckig, hahaha, genau, greift mal an, und hier werden sie gleich die Flugzeuge angreifen, werde es auch gleich wieder leiser machen, nachdem das nie vorbei ist, sechs Minuten haben wir Zeit dafür, und wir müssen noch, eine Raffnerie bauen, wieso wohl nur das, deswegen, so, ähm, wir bauen noch ein BMT, ein Inversor, bloß hier nicht angreifen, hier, Tesla Spule und so, dürfte er gerne angreifen, wow, krass, was mit euch los, Junge, kommt er, yeah, nichts mordlich erwischt, hier, Angriff, keine Ahnung, was die gerade machen, aber das ist auf jeden Fall nicht clever, einen verloren, glaube ich, äh, ja, Musik ist jetzt gerade etwas lauter, als ich vielleicht sogar ich, aber man wollte es ja so, haha, schon gesagt, dann macht es mal die Musik endlich lauter, und gerade habe ich, dammit, nini 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 nini, nini nini nini, nini nini, äh, Spion, dann machen wir nochmal ein, komm her, BMT, so viel Geld muss sein, dass wir das ausnutzen, Zerstörer, ach ne, Quatsch, Zerstörer können wir da nicht bauen, ähm, obwohl da fällt mir ein, los, schießt, wusste ich es doch, so, dieser Tesla Spur ist zum Glück inaktiv, und, so, wieder zurück, und ihr beiden rein, trifft echt gar nicht, war hier, groß, das ist, eher ein Dilemma, eher echt ein Dilemma, naja, so, jetzt müssen wir mal gucken, hier ist ein BMT, und jetzt runter, jetzt erst das hierhin, so, Gruppe 1, Gruppe 3, meine Wege, oh Gott, die sind alle so angehaucht, so, ihr kommt auch nochmal mit, aber das müssten wir trotzdem schaffen, die Basis zerstört, ah, da kommt ja einer an, ey, die haben Raketen, seit wann haben die Raketenflugzeug, äh, Hubschrauber, das hat doch irgendwie Apache nur Raketen, wow, wow, Moment mal, hier, haha, warten, 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 Feuer, oh, das knallte Ding ab, verdammt, ja, sehr schön, okay, und, ich werde mal kurz die Musik wieder ein bisschen leiser machen, waren es schon 16 Minuten 15, wow, ging ja echt schnell vorbei, krass, falls ihr doch wollt, dass die Musik wieder lauter machen, dann mache ich sie wieder lauter, aber, soll halt bloß musikalisch und Unterstützung da sein, und, wo ist Nummer 1 hier, müssen wir schließlich das Technologie-Zentrum noch einnehmen, haben schon viel zu viel Zeit für diese Mission vergeigt, und, da müssen wir immer noch entdecken, wo die U-Boote sind, das ist ja noch sehr Spaß, ja, greift den mal an, ja gut, dann greift das Ding hier an, Gott, ihr könnt gar nichts hier, äh, fährt lieber weg, fährt lieber weg, bevor ihr noch irgendjemand verletzt, den nicht verletzen wollt, äh, vorhin noch jemandem wehtut, genau, so, dann zerstören wir mal die Fahrzeuge, so, der noch, dann der noch, dann fahren wir mal durch, yeah, ja, zerstören wir den Dom noch, verkauft meinetwegen, fangen wir hier durch, genau, und dann hier, Angriff, und schön, alles überfahren, sehr schön, sogar eine schöne kleine, schöne kleine Artillerie, die wir da hatten, auch alles zerstört, haha, los, Angriff, sehr schön, und, wollen wir den hier, na, kommt ihr, so, weg, als erstes Spion, natürlich, Okay, und dann der Ja Boah, das ist laut So, auf zur Aufwertung Aufwertung, genau, Auswertung Komischer Missionsstand, Effizienz 10%? Naja, egal Wir haben genug Gewonnen hier und haben auch Zig Einheiten getötet Das geht zum Spielende Zweiter Platz, naja, wenigstens ein bisschen Und dann würde ich sagen Auf nach Moskau London, 16. Hauptquartier Oder 10. Ich weiß es nicht, kann man zu schlecht sehen An Gefechtskommandanten Äh, äh Werde doch mitbekommen Boah, ho, ho Bams Kaputt gemacht Tesla Spule deaktiviert eigentlich Was schwachsinnig ist, weil er kein Tesla Spule Ähm Jetzt müssen wir mal mit dem Trupp hier langlaufen Weil wir dann anschließend das Ding zerstört Boah Hier, kann man nochmal neu starten Yeah Ach nee Booms Wenn wir gleich nochmal speichern Einsatz speichern Ja Heinz gespeichert Juhu Trupp 1 Trupp 2 So einer kleine Hier lang Und Ihr Feuer, Feuer Yeah Feuer, Feuer Ja, zerstört Zerstörung Eingeleitet Ja, mit dem können wir noch nicht so lange vorangehen So lange wie noch nicht Machen wir es anders Boah Jetzt kommt die auf immer da unten Zerstört es fast, zerstört es fast Yeah Nein, 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 nein Komm, 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 komm Wir haben noch ihn retten können Wir haben ja gleich den Mechanobot Mechanobot hier Hey Mechanobot Ach Gott Der hat mich immer genervt, der Typ Mechanobot Das war sehr effizient, aber trotzdem Mechanobot Schießt lieber auf die Kisten hier Boah Lauf 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 Boah, der ist fast wieder tot Dazu ist ja der Mechano-Board ja da Und ich würde mal sagen, wir können gleich mal speichern Weil wir ja keine Verluste hatten und trotzdem sehr effizient gearbeitet haben So, ähm Nummer 1, zum Team 2 wieder mal Wir müssen immer noch hier vorbei, damit wir die Symptoms erstellen können Sonst haben wir da arge Probleme später So, wow Okay, einen haben wir verloren So, Mist Das war jetzt, äh, unkoordiniert von mir Setze mich in Bestätigung Äh, Bewegung Nicht Bestätigung So Du bist 3 Okay, und ich hoffe, dass Ja, du solltest den eigentlich heilen Mechanobot, aber gut Wenn du wieder deine Mittagspause einlegst, dann lass es Heil den schnell Heil den schnell Oh Gott Wir haben noch 40 Minuten Äh, und ich weiß nicht, ob eure Dummheit dafür ausreicht, so lange zu überleben Oder ob ihr dann Euer Gehirn durch Schnappatmung ergerst Gestorben ist Abgestorben Vergammelt gefälligst Ach, der Ende ist immer noch so schwer beschädigt Mechanobot Hier ist Mechanobot Setze mich im Arsch Ja, ich hab auch Nee, ich hab nix im Arsch Aber du anscheinend Okay Das war jetzt Vulgäre Aussprache Und so lange Wir sollten nicht Nein, die sollte nicht angreifen Ja, ich hab einen halt verloren Aber das ist mir jetzt gerade egal Wir gehen hier hin Ich hoffe, der Mechanobot ist relativ clever Und halt die Leute Ja, ich baue hier nochmal ab Weil das Spiel so gerne abstürzt Und ähm Ja, setze mich im Arsch Und äh Ich hab mein Spiel und hier noch Stimmt Für Königern und Vaterland Ah Der ist auch so verdammt langsam Würde ja mal ein bisschen schneller sein Aber nee Der ist so richtig lahmarschig Der Spiel Und in dem Spiel war er auch nicht mal richtig gut Der war verdammt teuer Und eigentlich Der hat man im Multiplayer oder im Gefecht nie benutzt Also ich weiß nicht, wer es genutzt hat Aber erst späteren Teilen hat er ja Zusatzoptionen gehabt Und Uh-ha Uh-ha-ha-ha-ha Oh, in der Tat Oh, in der Tat Hier ist eine Steuerungskonsole In der Mitte Und wenn jetzt gerade nicht gleich noch mein Hund vorbeikommt Nee, ich glaube, die sind wir relativ sicher Dann werden wir mir den erobern hier Das Ding Und wie gesagt, hier kommen wir nicht vorbei Solange wir da nicht zerstört haben Dann kommen wir nicht vorbei Vier OAAS So Boah, Jungs Jungs, so hoch, 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 hoch Ach Gott, nein Nein, 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 nein Ach, gerade der Granadier Ach Gott Ach, in der Tat Ach Ihr kriegt mit, ich bin heute ein bisschen leicht gereizt Weil ich mag diese Hausmissionen überhaupt nicht Aber gut, sie bieten wenigstens eine Alternative zu den gewöhnlichen Missionen Aber wie schon erwähnt Yeah Yeah Hoch mit dir Oh Gott, der wurde jetzt auch angegriffen, aber wenigstens haben wir die alle gerettet Ach So, wird bearbeitet Alle zusammen mal kerschen, damit der wenigsten geheilt wird Und ich hoffe, der Technobot greift hier nicht mal ein Technobot Technobot natürlich Sprengladungen angebracht Kleinen Moment warten, bitteschön So Spioni Wir speichern Yeah Noch frei Yeah Wie gesagt, wir kommen an dem Ding vorbei Das wird unmöglich sein, weil das Ding aus uns eine leuchtende Fackel macht Dann schlenken wir genauso wie ein verbranntes Tofu am Sonntagsmahl Hey Und das will ich überhaupt nicht Deswegen Ach Gott, nein, 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 nein Überlegenheit durch Klassifizierung Ich habe hier unten eine Kiste Ich glaube, das ist aber allgemeine Heilung Oh, dann immer wieder unseren Technokraten-Bot Äh, unser Mechanobot Ja, allgemeine Heilung Heißt aber, dass jetzt alle geheißen Aber so sehr als Möglichkeiten, die Mechanobot Mechanobot sätze ich Ich weiß nicht, was du alles nennen Ach nee, ist auch nicht schon mal Ich habe nie mal was gegen Homosexuelle Wäre ja was Nein, ganz und gar nicht Aber nein Sind teilweise Hebe ich Hellebaut Ja, ja, ja Erwartet Befehle, töten Schwerverständliches Befehl gewesen Hoffentlich So Ähm, wir gehen hier hin Damit wir das Ding zerstören können Und ihr könnt es mal hier hin latschen Und wir speichern wieder Ja, 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 ja Wir haben noch 33 Minuten Oder 15 Minuten, die hier abgelaufen sind Deswegen, sage ich mal Euch dann noch einen schönen Tag Wir sehen uns beim nächsten Tag Äh, oder nächste Folge Ciao